Hä? Hey Steins geht auch 7, 8 Jahre alt und hat voll viel größere Animationen. Die Steins sieht mir ja scheiße aus. Das davor sieht total zusammengeflickt aus. Ich frage mich wie dieser Dr. Stein eigentlich so drauf ist. Irgendwas kommt da an. Immer noch nicht richtig eingestellt. Halt so. Schönen Abend. Ich werde das noch einmal versuchen. Jetzt schon nichts. Ich würde gerne erstmal was sehen. Ja, ich auch. Der verrückte Waffe. Die Form der Seele. Ist Dr. Stein der ultimative Waffenmeister? Oh, fuck. Was wollt ihr gleich noch haben? Haben? Sie sind doch Dr. Stein, oder? Sie sind es, der hinter den fiesen Schülerangriff versteckt. Ah, ich verstehe. Ihr kommt von der Shibusen, Shinigamis Fachschule für Waffenhandwerk, nicht wahr? Haben Sie irgendwas gegen uns? Nein, eigentlich nicht. Meine Motive sind absolut simpler Natur. Es geht dabei um nichts weiter als beobachtende Forschung. Das ist es, was mich antreibt. Das ist es, was mich antreibt. Das ist es, was mich antreibt. Vielen Dank.